Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu euch zu einer weiteren Folge von My and Travels Sparks of Hope mit dem Rayman in the Phantom Show DLC. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen zurück zu My and Travels Sparks of Hope, Rayman in the Phantom Show, also dem DLC. Und den wahrscheinlich letzten Part zu diesem Projekt überhaupt. Also wir haben mittlerweile alles hier getan, was man tun kann. Wir können ja sicherheitshalber nochmal über die Karte gucken, ob ich irgendwas vergesse. Wir haben hier alles erledigt. Beim Empfang gab es sowieso nichts. Das Western-Set haben wir fertig. Beim Piraten-Set haben wir alles erledigt. Und auch im Mitleiders-Set und im Nebenstudio. Wir haben wirklich nichts mehr vor uns. Und jetzt müssen wir mit dem Phantom reden. Jetzt muss Tacheles gesprochen werden. Und jetzt müssen wir mit den Pfeierlichkeiten beginnen. Klar. Mein Regie-Raum. Mein Regie-Raum. Was das ist schön, muss ich mich aufs große Ganze konzentrieren. Dafür sind die Stars viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das hast du super gemacht, Phantom. Ganz ehrlich. Das werde ich auch in all meinen Interviews sagen. Oh oh. Also ich habe bei diesem Phantom schon die ganze Zeit so ein komisches Gefühl. Stur. Ihr habt den Sender vor dem Ruinen gerettet, bevor ihr eingesprungen seid. Hätte ich nicht mal gegen Bezahlung mehr Zuschauer anlocken können. Es war natürlich auch nicht gerade förderlich, dass es im Studio nur sofort Finsterzeit gewibbelt hat. Aber dann hatte ich einen Geistesblitz. Genial. Was, wenn die Helden durch deren Verschulden ich völlig unrechtfertigte Ernährung erdulden musste? Die Finsterzeit für mich loswerden. Und was, wenn ich alles ausschreue, damit Millionen einstellen und es mit ansehen, so dass ich ihnen das Rampen nicht stehlen und grenzlose Macht erlangen kann? Nein, du Trottel. Ich habe seit unserem letzten Treffen eine Rache geplant und musste nur noch die richtige Gelegenheit finden. Und das war sie. Du hast das Schockbusiness. Gut gesagt. Falls es euch tröstet, die Aufstrahlung eurer peinlichen Niederlage durch meine Linität wird uns garantiert einen Galactovisionpreis einbringen. einen Galactovisionpreis, Entschuldigung. Eure wird euch natürlich nur in Gedenken gebitmert sein. Mohohohoho Diese Rabbids. Diese Rabbids, immer nur Ärger. Komm her! Ha, warst du denn jemals in Rayman? Nur vier Millionen Leute seid ja auf mein Lied gespannt. Rayman ist ne Aubergine, kann nichts, weiß nichts, hilft verpannt. Überlass die mir, die Bühne, die gehört nicht dir. Du bist nur ein kleines Licht, sogar die Rebels sind beliebter hier. Selbst eine Freundschaft zum Globoxt in Baden, er kann den Turm zum Mieb nicht mehr ertragen. Stark ist klar, dein Kleider zu ahmen, drum beneint ich Mr. Dark. Denn so einer wie du, der raubt niemandem den Schlag. Hast keinen Fan, bis die ewig zweite Geige Rayman. Das war ein schönes Lied. Erinnert ihr euch, als ich die Wette einreichte hiermit, der wird uns verraten? Das war so klar. Aber ich fand dieses Lied gerade geil. Erinnert ihr euch, als ich das erste Abenteuer gesagt habe? Meine Sensoren deuten an, dass Herr Topf, äh, das Phantom vor Angriffen geschützt ist, solange es im Scheinwerferlicht steht. Wenn dieser gierige Singtubel seine letzte Note singen soll, müssen wir einen Weg finden, diese Lichter auszuschalten. Mit einem kleinen Rasereiangriff, wie sich herausstellte. Ja, das war damals ein bisschen nervig. So, irgendwelche Schwächen, von denen ich wissen sollte, nicht vorhanden. Okay, dann passe ich eben kurz die Sparks an. Wir sehen uns gleich wieder. So, Leute, ich habe meine Sparks ein bisschen angepasst. Ich gucke gerade nochmal. Hier vorne haben wir einen Schalter und hinter ihm ist einer. Raymond sollte mit Leichtigkeit da hinten dran kommen, da hier über diese Schwingdinger sind. Und ich finde, Raymond ist immer noch sehr in. So, den Truppen haben wir mal direkt als erstes fertig. So, der Doppelgänger kriegt das schon alleine hin. So, und dann schwingen wir uns einfach da hin. Ich komme gerade so nicht dran. Du kannst auf jeden Fall geil dancen. Den Punkt gebe ich dir. Geht mir den Angriffsboost noch auf, zu dem Zeitpunkt, wo ich dazu komme, dass ich auch den da hinten angreifen kann. Unseren Danseigny. Das Phantom. Der nimmt eh keinen Schaden, solange der den steht. Das zeige ich euch. So, die Goombas sind keinerlei Problem. Der war schon eher ein Problem. Ja, schießt mich wieder hoch. Danke. So, warte. Zuallererst. So, ich weiß schon, wie ich das mache. Einmal für dich eins. Und einmal für dich eins. Dann verscheint ich mich und du kriegst einen Schuss ab. Ach, ich muss sogar innerhalb von fünf Runden dem Fairley machen. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. So habe ich Glück und ich trifft gut. Boah, ist das doof. Runtergeflogen. Ich werde erst mal die Goombas los. So, hab maximale genutzt. Wieso triffst du? Dein Ernst? Ich kann die Special-Fähigkeit nicht nutzen. Danke für den Pilz. Ich kriege das nicht auf den Powerblock. Danke, du hast dich. Ich kriege das nicht auf den Powerblock. Ich kriege das in die Bade. Ich kriege das nicht. Ich kriege das nicht. so das stelle ich mal hier auf und sich hat nächste runde meine fähigkeiten kriegst du von mir jetzt paublock um die ohren wieder ein bisschen glück habe ich sogar in jetzt tot gerade so am leben schau mal da hinten wieso triffst du ich möchte muss ich nur ein einziges mal treffen dann ist der ja genau geht den doppelgänger wollte ich sagen ich habe keine ahnung ob ich ihn mehrmals besiegen muss aber er ist jetzt auf jeden fall ich heile mal da wo ich kann bevor ich ihn platt mache weil ich muss ihn ja wie gesagt jetzt nur einmal abschließen es ist ein rock'n'roll star ja gut war irgendwie klar dass du nicht ins und down gehst gut dass ich meine leute vorher noch mal geheilt habe solltet ihr gerne vor eurem flammer dann werdet ihr den zweiten lockt lieben ist ein fünf alarmiges in ferne aus ohren beteilten kreisenden metall riffs so auf jeden fall schlau vorher noch mal zu heilen dort auf jeden fall jetzt sind es halt drei lichter und hier sind diese kanonikusse sie unter anderem auch feuer knechte warum auch immer ich hier jetzt gerade nicht hoch kam so ich weiß dass der feuer unempfindlich ist aber ich wollte ihn halt einfach nur weit weg haben und ich weiß dass es dumm war jetzt nicht mit raymond da vorne das zu vernichten das habe ich gar nicht gesehen hier vorne ist auch noch ein teil gut dass ich das noch gesehen habe versteckt mich mal auf der seite feuer frei so dicht mal ja weg die goombas die ignoriere ich großteils liegt noch in ordnung kanonikus angriff den kann man eh nicht ausweichen falsche richtung für den er liegt auf jeden fall einen geilen rüpfel er hat gerade sogar gedanzt daneben er kann meine leute wegscheuchen scheiße er lernt dazu warte mal mit raymond manchmal zuerst das hier oben kaputt ja jetzt hast du keine macht mehr so draco kalypse würde ich mal sagen kann diese runde leider nicht angreifen ich habe meine waffen unbrauchbar gemacht war nur ein teller getroffen dann heile ich meinen trug noch mehr kann ich nicht machen ja da kannst du das ruhig machen ich habe raymond sicherheitshalbermann immunitätszauber gegeben und es war die richtige entscheidung noch mal den riff ist auf jeden fall geil den punkt gebe ich dir so jetzt wird es zeit meinen trupp zu boosten warum soll jetzt gebe ich dir den schaden mit blaster und zu guter letzt natürlich der doppelklopper mehr kann ich die runde nicht machen jedoch auf den doppelgänger bei dem wäre ich auch los na toll schon wieder sind es die effekte oder ist es mein angriff ich glaube mein angriff gut dass ich mit mario nach oben gegangen bin er macht das glaube ich immer abwechselnd erst macht er hier seine welle und danach macht er einen angriff ich gehe jetzt sogar extra hier so mehr in die richtung damit der schön in die richtung auch wandert ich habe die raketen jetzt einmal komplett nach da drüben transferiert ich kann damit doch bestimmt in deinem gesicht rumreiten nein ich kann nur in dich rein fliegen schön wäre das auch geklärt so ich gehe mal extra ein bisschen weiter weg und let's go der kanonikos kriegt auf jeden fall was gut ab aber er ging zum glück auf ihn los schade es reicht nicht aus um das portal zu vernichten den doppelgänger könnt ihr ruhig angreifen da stört mich 0 so in dein gesicht tschüss so wie lange kennen wir uns jetzt schon tust immer so schlau dabei weißt du ganz genau mir fehlt einfach der zauber taugst eher als staubsauger siehst haar genau so aus und quatscht so viel es ist ein grau ich bin immer noch der wahre star den applaus für den song gebe ich dir das ist eine schöne gesangsstimme immer noch immer noch der geilste post der Reihe aber dass er drei phasen hat um gottes wie viel zeit kriege ich ganz gemeine frage wie viel zeit kriege ich ok ich krieg 7 runden wo der 2600 leben hat das macht jemand kaputt der sowieso mehr rasereien hat da und dort muss ich dann vernichten aber ich glaube der hat sonst nur 2 punkte wo der auftauchen kann ne als nächstes muss ich da unten das kaputt machen dann kann ich wahrscheinlich eins hier oben kaputt machen und dann das andere ok ich muss echt nach einer reihenfolge gehen aber wenn ich mich schlau anstellen kann ich das eigentlich alles in einem rutsch machen jetzt sind die oben offen ne der oben links ist offen und der ganz oben rechts da muss ich auf jeden fall mit rayman hin ok so hier oben direkt mal aufgeräumt ich komme ja an den schalterern das wird doof das wird doof so den habe ich jetzt als nächstes ich möchte nur noch die beiden kaputt bekommen ich habe aber damit die ganze kummer brigade hier oben kaputt so damit wäre das auch mal erledigt ich weiß nicht warum er damit anfängt schade würden wir nur ein bisschen näher beieinander stehen ich gucke lieber dass der scharfschütze dann diese runde noch stirbt da ist eh im boden im weg junge so je besser ich dich verletze desto besser so mit rayman komme ich mit easy peasy darauf ok wir haben in einer runde echt viel kaputt bekommen das ist sehr gut schade warum hat der nicht den anderen angegriffen er ist sogar ins loch geflogen perfekt warte was vor allem bereitet er davor ok das könnte ekelhaft werden da sollte ich eventuell nicht in der reichweite stehen ok das ist einfach nur ein konter angriff ok dann ist es ja nur halb so schlimm ok aber ich habe dann den falschen den angriff machen lassen auf der anderen seite ist noch eins das mache ich mal mit unserem faker kaputt so ich lasse dich auch mal auf offenem felde stehen am besten zwischen den beiden da eventuell greifen die an den auch an so ich muss den negativen effekte weg machen sonst kann ich nicht mal angreifen doch was für amateur gib dir gleich amateur so dich weg so ich bezweifle ist irgendwas davon sinnvoll trifft zwei haben getroffen ich mache ansonsten eine heilung das gute ist wenn mario war außerhalb der reichweite mit mario greife ich den jetzt an mario ist unser damage dealer so genau greift alle ihnen an wenn ich ein bisschen schaden so abgewehrt auch perfekt dass ich sogar hier ist schon stehen nur ein bisschen doof dass gerade meine techniken versiegelt wurden und ich habe keinen heil ding mehr ich halte mit mario einfach nur so ich mache das jetzt mal so ich stehe mal ein bisschen weg selbe mache ich jetzt mal mit den anderen so jetzt stehen die wenigstens ein bisschen weiter weg so ich habe jetzt mal ein immunitätszauber auf der peach gepackt und jetzt extra hier vorne hingestellt damit sie den angriff eventuell abbekommt hat nicht funktioniert ja komm kann eh nix machen mit der ich hätte ein bisschen mehr von den negativ effektheilungen mit kaufen sollen ist echt nervig aber ich habe ja noch ein paar runden er wird wahrscheinlich gleich auf die rechte seite wechseln sehr schön wenn dieser teleport als im bewegen zählen würde ich hasse das ne vielleicht reicht es ja trotzdem noch nicht vernichten kann mir hat sich gerade sogar die spark energie aktiviert weißt du viel wie frisst meine dracokalypse komm sinnvoll ja zwei treffer reicht um ihn zu vernichten ein tipp wenn ihr diesen kampf macht ne holt euch so viel von diesen negativen effektreiniger wie möglich das nervt einfach du hier das nervt einfach du hier wir haben sie gewonnen ist ja gut er kriegt den oscar ich weiß jetzt nicht ob das eine level was geändert hätte boah boah zum glück ist das jetzt vorbei hätten noch mehr rabbits eingeschaltet wäre das phantom vielleicht unaufhaltsam geworden und seht mal da ist ein war portal und es ist voll funktionstüchtig wenig überraschend ha kaum zu glauben dass er wirklich die ganze zeit dachte er hätte mich reingelegt stellt euch das mal vor das wäre ja schon das zweite mal dass ihm das gelungen ist von daher danke meine freunde dann werdet ihr jetzt wohl nach hause zurückkehren ich bin froh dass wir uns kennengelernt haben es war schön auch mal mit Rebels zu kämpfen und nicht immer nur gegen sie tschüss ich glaube ich bleibe noch ein bisschen diese Rebels wollen etwas gutes bewirken ihm fehlt nur die nötige betreuung das freut mich für dich aber ich habe beschlossen dass ich lieber eine Heldin bin als irgendeine berühmte Schauspielerin oh das ist aber sehr erwachsen nein da kommt irgendwas wenn man als Heldin einfach schnöle Videos mit dem Handy machen kann einleitern gekonnt auftragen oder sowas und schon bekommt man Geld ähm was Rebels Pitch damit sagen möchte ist dass es Belohnung genug ist die Galaxie für alle zu einem besseren Ort zu machen leg wohl Herr Aubergine wir werden dich nie vergessen wenn du mal irgendwas brauchst dann ruf nach uns und wir werden kommen versprochen das ist das ist das ist das ist was das ist das ist ich will wissen was in den Geschenken drin ist Na gut, Leute, ne? Das war das Rayman in der Phantom-Show DLC. Und auch der letzte Part zu diesem Spiel an sich. Es ist kein weiteres DLC für dieses Spiel geplant. War auf jeden Fall ein geiles DLC. Ich habe ja gesagt, dass ich die DLCs mehr oder weniger noch ranken wollte. Zusammen auch mit der Haupt-Story. Allen voran sage ich zuallererst, das schlechteste DLC war auf jeden Fall Tau of Doom, finde ich. Also es hatte halt kaum Inhalt. Das hätte man sich echt schenken können. Das habe ich auch in den Kommentaren gelesen, dass ihr da derselben Meinung wart. Dass man sich das DLC hätte man schenken können. Also, ja. Tau of Doom war auf jeden Fall schlechtes DLC. Tatsächlich würde ich sagen, dass die Haupt-Story ein bisschen besser war als das Spark-Hunter-DLC. Deswegen das Spark-Hunter-DLC auf Platz 3. Auch wenn das sehr cool war, finde ich es trotzdem die Haupt-Story vom Inhalten her wesentlich geiler. Vor allem das Ende. Und außerdem, die Kämpfe dort waren mega nervig. Und das Beste ist tatsächlich dieses DLC gewesen. Es war lustig. Es war geil. Allein hier, dass Phantom wieder da war. Der war ja beim vorherigen Rapids-Spiel richtig, richtig ein geiler Boss. Also, ich habe ihn da schon geliebt. Und ihn hier jetzt nochmal singen zu hören, war einfach over the top. Vor allen Dingen auch nochmal als Rock'n'Roll-Version. Und dass Raymond da war, hat nochmal eine Küche auf die seine Torte gegeben. Also, deswegen ist das auf jeden Fall auf Platz 1 bei mir gewesen. Ich glaube nicht, dass da jetzt noch irgendwas kommt. Ich will auf jeden Fall gleich nochmal in die Prozente gucken. Aber ansonsten lasse ich euch auf jeden Fall hier die Credits genießen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns eventuell gleich nochmal. Ich lasse euch jetzt, wie gesagt, die Credits genießen. Ich lasse euch jetzt, wie gesagt, die Credits genießen. Wir sehen, was in den Geschenken drin ist. Ja, warte mal. Ich zoome da eben kurz rein. Einmal eine Raymond-Kleidung. Luigi feiert die sehr. Und auch Raymond-Peach und Rosalina beeindruckt. Und Raymond niegt einfach seine Mario-Mütze. Auch wenn sie schlecht gemacht ist. Das ist schön. So. Ich habe jetzt hier nochmal ein Prisma bekommen. In der Erinnerung... Haben wir jetzt alles drin? Hoffe ich. Nee, hier fehlt irgendwie was. Ja, es fehlt ein Waffenscan und eine Erinnerung. Ich habe keine Ahnung, wo die sein könnten, ne? Also selbst wenn ich mir jetzt die Karte nochmal anschauen würde. Ich wüsste nicht im geringsten, wo ich nachschauen müsste. Ihr habt es ja gesehen. Ich war eigentlich in jeder Ecke. Siegfried habe ich eigentlich überboten. Hier war keine weitere Finsterzeitpütze mehr. Das weiß ich. Hier war generell nicht sonderlich viel. Und im Nebenstudio haben wir eigentlich auch alles abgehakt. Ich weiß, dass ich diese beiden Kämpfe geschafft hatte. Und die habe ich ja beim letzten Mal gemacht. Also die habe ich beim ersten Mal geschafft. Will ich damit sagen. Ja. Du hast jetzt auch nichts zu verkaufen wahrscheinlich, ne? Ne. Okay, Leute. Wie gesagt, das war es dann jetzt mit den Rayman DLC. Die jetzt wirklich endgültig. Und auch mit Rabbids. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr Spaß hattet. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Dieses Projekt ist damit dann offiziell fertig. Ich wünsche euch allen damit noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Bei irgendwas auch immer, was ich da mache. Ciao und bis dann. Dann. Hallo.